Stellen wir uns einmal vor, die Erde wäre ein Dorf und von nur 100 Einwohnern bevölkert. In diesem Weltdorf leben heute 5 Nordamerikaner, 10 Europäer, 8 Lateinamerikaner und ein Ozeanier. Der Rest würde sich aus 16 Afrikanern und sage und schreibe 60 Asiaten zusammensetzen. Sehen wir uns die Verteilung der Weltbevölkerung noch genauer an, fällt auf, dass etwa 75 Prozent der Menschen auf nur einem Siebtel der Landfläche leben und allein 90 Prozent auf der Nordhalbkugel. Während in vielen Industriestaaten die Bevölkerungszahlen relativ gleich bleiben, wachsen sie in den Entwicklungs- und Schwellenländern stetig an. Bereits im Jahr 2050 werden voraussichtlich 90 Prozent der Weltbevölkerung in den weniger entwickelten Regionen unserer Erde leben. Das sind sehr viele Menschen für relativ wenig Fläche. In unserem imaginären Weltdorf wohnen heute bereits etwa 50 Einwohner, also die Hälfte der Bevölkerung in Städten. Diese Zahl wird in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen, vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Mit dem Umzug in die Städte erhoffen sich die Menschen eine bessere Chance auf Arbeitsplätze, medizinische Versorgung und Schulen. Die Infrastruktur und die Wohnplatzsituation vor Ort können mit diesem raschen Wachstum jedoch meist nicht Schritt halten. Heute leben bereits etwa 15 Prozent der Weltbevölkerung in Slums und Armenvierteln. Diese Zahl wird in Zukunft wohl leider noch weiter ansteigen.